Herzlich Willkommen zu einem neuen Sendeplan hier auf MrWeshyLP. Hier ist wieder Fabi und ja der alte war ja schon ein bisschen älter jetzt, deswegen habe ich hier mal 9 aufgesetzt, dass sich auch ein bisschen was geändert hat, ihr seht ihn gerade. Ich habe ein bisschen an den Projekten rum jongliert und ihr seht auch drei neue Projekte jetzt hier, die mit aufgeführt werden, nämlich das ist einmal eben The Raven, das ist ein Point & Click Adventure. Es wird demnächst starten, also ich denke, dass es eben Freitag das erste Mal erscheinen wird, wie es hier eben auch im Plan drinsteht und dann habe ich jetzt den Euro Truck Simulator 2, der ist zwar nicht wirklich neu, da laufen ja schon zehn Folgen im Kanal, aber ich habe ihn jetzt endlich mal in den Sendeplan mit aufgenommen, da er am alten noch nicht mit drin war. Und ganz neu ist jetzt noch, das läuft auch noch nicht, wird aber am Wochenende starten, Space Engineers im Survival-Modus und das wird so ein Projekt. Ich werde es nominell als Singleplayer spielen, aber es besteht die Möglichkeit, dass Bentor öfters mal dabei ist und ich möchte auch euch dazu aufrufen, wenn einer von euch das Spiel auch hat und Bock hat, bei mir mit ins LP reinzukommen, in die LP-Welt, dann gerne nur zuschickt mir einen Kommentar oder eine PN oder irgendwas. Vielleicht auch, was ich noch dazu sagen kann, auf unserem neuen Facebook-Auftritt, könntet ihr natürlich auch schreiben, wenn ihr mitmachen wollt, der ist jetzt nagelneu und das ist auch für euch, für die 200 Abonnenten. Sie sind zwar noch nicht erreicht, aber wir stehen immerhin mit momentan jetzt Zeit der Aufnahme, Mittwoch, 11.06. 16.18 Uhr stehen wir bei 198. Und ja, deswegen packe ich das hier schon mal mit rein, damit ich es nicht gleich wieder ändern muss. Und wie gesagt, die Projekte laufen jetzt erstmal so. Ich hatte zwar eigentlich vor, den Sendeplan abzuspecken, aber jetzt saß ich hier so da und habe mir überlegt, was alles so an Projekten mit reinkommt in den neuen. Und ja, es sieht also so aus, dass es jetzt so ist, wie ihr ihn hier seht. Batman ist rausgefallen, das ist leider nicht gelaufen, fand ich schade. Deswegen, da wird jetzt am Wochenende nochmal ein Marathon kommen, da ich Harley Quinn's Rache noch auf Lager habe. Das werde ich jetzt am vielleicht Samstag und Sonntag jeweils vier Folgen rausfeuern. Also das ist ein Acht-Folgen-LP. Die werden am Wochenende jetzt dann beide kommen. Also alle acht, meine ich. So Leute, ich hoffe, euch gefällt der neue Sendeplan. Ihr liked unsere neue Facebook-Page. Und ich hoffe, ihr schaut euch die LPs an, die am Kanal laufen. Ich würde mich darüber freuen, wenn ihr hier bleibt, ein Abo dalasst und auch fleißig kommentiert und liked auf die Videos. Und ansonsten, ciao, sagt Fabi, ich bin wieder raus.